jetzt hier letztes letztes und dann kommt schon wieder der nächste Mann welcher war denn das noch gleich hat gar nicht hingeguckt egal jetzt jetzt sind wir noch bei Iceman und bei einem Dreck nein Scheiße Eis war Scheiße Eis oh Gott oh ist das schön oh okay ist das schön der kommt von hinten der kommt von hinten wow der kommt von hinten und der kommt von vorne das schaffe ich nicht ja ich habe gesagt ich schaffe das nicht und ich hatte recht behalten immerhin das ja was ist aber schöner recht haben oder schaffen beides recht haben dass man es schafft der kommt wieder von hinten au der kommt von vorne ja die kommen von überall außer von oben und von unten noch nicht Noah was wird jetzt geben als ich mein Platz von Press sucht habe psch äh nö Gott ja du kannst mich auch Exidor nennen wenn du willst ne also ich glaube wie mache ich das jetzt einfach so einfach durch ja ja und Moment jetzt auspringen hopp oh der ist schön wupp yeah haha so wie ging das jetzt weiter oh Gott oh alter ha 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 bämsen oder du machst dir Angst ich mir auch also ich weiß ich weiß auch nicht genau was hier passiert passiert oh das ist böse das ist jetzt böse oh shit ich muss das nochmal machen fällt mir so auf ja so aufgepasst so ich muss nämlich hinter die oh shit ha ha haha ah jetzt machst du das denn äh was was der Explosionsradius war zu hoch oder ich war zu nah dran kann man sehen wie man will scheiße man aber trotzdem ich schaffe das aber das ist ein Level gefällt mir das Level ist scheiße es ist einfach nur Dreck zack und hopp haha bäms so so jetzt den hier dann den da und dann den da fälle nein ich fälle nicht so jetzt kommt der große Angriff ja genau und ich muss aufpassen dass die hier nicht zu sehr explodieren so warten 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 schießen und vorsichtig äh was ich bin sogar ich wollte sogar springen hä das Ding hat so einen riesen Explosionsradius dass ich es hassen könnte ja das geht ja auch von unten oder ich werde es einfach von hinten das nächste Mal abschießen und so ich schaff das nicht ich weiß dass ich gefailt hab ey cool ich hab hier noch ein paar Schluck Tee die werd ich dann noch trinken cool ich nicht mal meins war schon leer als du mir deins eingeboden hast stimmt haha ja das ist nicht noch nicht das Ende vom Level ich weiß jetzt kommt nochmal der große Angriff ja warte noch nicht noch nicht also jetzt kommt erstmal der da nein jetzt hab ich da einfach zweimal drauf geschossen wie kann ich nur kann's doch nur furchtbar jetzt kommt der große Angriff jetzt kommt er ich komm ich mach große Angriffe zurück Aua Scheiße jetzt kommen sie von hinten wieder Brennung dein Leben äh Gesundheit oder Wohlsein oder wie man das sagt so jetzt kann es nicht mehr explodieren haha weil es schon explodiert ist halt so muss das nämlich das ergibt Sinn oh nein die letzten werden richtig eklig das ergibt auch Sinn wow 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 das sagt echt knapp aus wow was den Explosionsradius das Ding wieder hat ey hm hm ha ich komm auch so durch damn damn boah ich bin gut ich hab jetzt schon die Stages von unserem Iceman hier juhu das ist schon ich bin der Übermeer Makar und nein oh nein ich hab mich gut Bomben ich hasse Bomben boah sie sieht böse aus ich bin auch so böse wie der ich bin nicht so böse wie der ich bin ganz lieb so und jetzt mach ich dich fertig du Bomben Ding du das erinnert mich an irgendeinem Spiel aber ich weiß nicht wie das die Bomben achso ja nein ich weiß auch nicht welches du meinst Pac-Man oh in 9 Sekunden da bist du anders aus oh ich will nur noch die ersten Level machen die sind so schön einfach immer nö nö da kannst du gar nicht fällen nicht so langweilig na wieso ich mach dann die zweiten und dann mach ich die dritten und dann mach ich die vierten und dann mach ich alle fünften und dann wird's voll böse genau so achso ja jetzt muss ich das verdammt nicht so ich muss das da unten ranlassen damit diese Switches da aktiviert werden und dann werden die ok warte so ey es passt sogar also ich kann wenn ich ehrlich bin ich wäre nie drauf gekommen also man kann hier übrigens in drei Richtungen schießen oben vorwärts und ganz weit vorwärts äh ganz schnell vorwärts ah verdammt so ah das funktioniert gut und man muss sich immer entscheiden halt welches man nehmen sollte so ah und ich man soll praktisch äh äh verdammt nochmal ok das heißt wenn du drauf schießt wird das rot das aktuelle praktisch und wenn du da wieder so schießt oh super ja genau dann wird's was anderes oh god es wird immer schöner hier der muss ganz schnell gehen aha hm ja ok jetzt jetzt komm ich hier nicht mehr weiter glaube ich so oh doch ey cool hat sogar geklappt oh nein was eine scheiße so ich bin doch nur reingepritten ah verdammt hat er nicht so bewertet ist das auf Zeit oder nicht das ist nicht auf Zeit zum Glück nicht ah man ok nochmal und zack jetztse ah so jetzt komm ich da hin yay juhu Glückwunsch aber da kommen noch richtig böse Sachen da kommen noch richtig böse Challenges bei denen aber das gefällt mir mehr als irgendwo dagegen zu ja oder Großangriffe oder kommen da noch Viecher screwbombers oh diese Schraubenviecher ne screwbombers was sind denn das nochmal gewesen ähm auf deutsch übersetzt hieß es ja Schraubenbomber aber ich glaub das was anderes äh verdammt nochmal so kannst du dich selbst nicht umbringen damit ich kann mich selbst damit nicht umbringen ach diese Dinger oh nein ah wenigstens wenn ich sie treffe dann sind sie so kaputt ja was sagst du's nicht gesehen? der hat mich der hat auf mich geschossen achso der schießt auch ja ja die kommen die kommen aus dem Boden raus und dann schießen sie achso da war ich mit der anderen Dinger noch beschäftigt ich hab die ah achso jetzt ja ja ok jetzt kapiere ich then oh hab den anderen auch gleich getroffen oh nein wie mach ich den erst mal mach ich den da unten weg ah wenn ich könnte so nein runtergefallen das war blöd na was denn man muss halt die Richtungstaste drücken wenn man so einen Weitschuss machen will das kann ich nix dafür das kann ich nix dafür und dadurch läuft der halt siehst du guck da er läuft ein Stück ich könnte das jetzt die ganze Zeit so machen und er würde irgendwann hinten ankommen ja ja du brauchst auch keinen Weitschuss dafür du musst ihn wohl nur treffen ja gut irgendwie hast du vielleicht recht ich denke schon so und bumm aber ich mach trotzdem einen Weitschuss oh der klappt nicht mal so und jetzt machst du es falsch nein haha haha ich treff nicht doch haha bist oh 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 das wird knapp ja okay so ihr schießt erstmal dann mach ich meinen Weitschuss dann schießt du dann mach ich auch meinen Weitschuss du mit einem Weitschuss voll der Eingehmer das wird jetzt ein bisschen doof ja ah jetzt muss ich da noch einen reinhauen äh war nix nein das war auch nix jetzt haha ja und da da mach ich n nein warum bin ich gesprungen man der wäre unter mir äh der wäre über mir durchgegangen scheiße ja so eigentlich muss ich mir gar nicht gar keine Mühe geben damit du fällst na mach mal bitte mach mal lenk mich ab noch mehr dann schaffst du es morgen nicht dann lehre was bist du ja zunächst da gell furchtbar also komm mach du jetzt mal übernimm du mal was soll ich machen übernimm deine Ablenkung deine Ablenkung äh Künste ja du sollst mich ablenken einfach mal aiii hihihi 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 okay sag mir womit ich dich ablenken baue nein denk dir selber was aus verdammt nochmal hihihi erzähl mir was was hast du heute gefrühstückt hihihi damit lenkst du mich auch ab glaube ich hihihi natürlich also heute frühstück das war so lange her also was gab es gefrühstückt hm hm verdammt was habe ich gefrühstückt ich glaube ein Joghurt ein Joghurt hm okay ja einen mit der Ecke hm ich hasse es ich hasse es einfach nur ich hab dich auch willst du auch noch wissen was in der Ecke drin war hm 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 ja natürlich alles also was war in der Ecke drin ähm äh äh schokobällchen oder knusperbällchen waren das jaaahhhh das ist aber nett hihihi hihihi das macht Spaß hihihi das macht keinen Spaß oh doch nein mir nicht doch aber mir ähm jetzt mach ich euch alle platt ihr Viecher hier ich mach mich an der Pfett was wo ist meine Bombe hin da ist es also und was hast du getrunken heute morgen von außen Tee nein was äh was hab ich getrunken ähm äh 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 es war also Tee ich hab hier sogar noch Tee vielleicht hilft der mir genau das ist so ein Spinatentee für Exo ah nein eigentlich ist es bloß eine Mischung aus äh Pfefferminz und Kar- äh äh und Tagebutte aha ja nicht so nicht so übelst der Lied Hexor Tee hihihi ich glaub das hättest du grad gebraucht ja das ist weg das ist aber nicht weg so so der Medusa in Fläschchen hihihi was wie bitte? Medusa in eine Dose zum Kräfte also aufbauen so und explodier und mach das Ding kaputt einfach hm jetzt aber nein jetzt aber nein Mann das Ding geht nicht kaputt man so jetzt geht's doch kaputt so einfach ja natürlich so einfach war das so jetzt muss ich treffen jetzt muss ich nur noch treffen ja das wär schön wenn das mal so das Ding hab ich auch getroffen ey bäääämsen jetzt jetzt zieh ich voll ab und ich hab noch so viele vor mir scheiße hihihi pfff äh nee so nicht jetzt geh ich ab das könnte sogar klappen schade okay ich glaub so muss ich das machen also warte so hihihi hihihi ah es klappt ey es klappt sogar so den der ist einfach und warst du heute schon auf dem Klo sag mal ey so ne privaten information gebe ich nicht raus oh meno hihihi 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 so ne primatis hihihi so ahhh hihihi ahhh ahhh nicht so 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 ah fuck da so ah dh ah du könnt ja auch nach oben werfen ich kann die auch nach oben werfen hab ich doch schon mal gesagt Echt? Ja, ich war da mit deinen Geschichten beschäftigt, so, Frühstück und so. Ach so, das hatte ich vorher gesagt. Ja, ich weiß. Da war von Frühstück noch gar nicht die Rede. Echt? Hatte von gesagt, ja. Kann sein. Kann sein, du hörst mir gar nicht zu. Aber du mir. Ja, ich hör dir zu, ehrlich gesagt. Ich sollte damit aufhören. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt hier... So? Geh kaputt. Äh, eins. Na toll. Tja, nochmal verloren. So, ah, es ist kaputt. Nein! Fuck! Was für ein Blödsinn! Hihi! Exe nur für zwei fällt. Nein, da sind nur noch zwei. Da sind nur noch... Oh! Es sind nur noch zwei gewesen. Ich hab's. Ich hab's.